Herzlich Willkommen zurück bei FIFA 16, wir spielen hier ein neues Spiel gegen BGamingTV, ob das wohl ein anderer YouTube-Kanal ist? Ich hab keine Ahnung. Sollen wir den mal suchen, vielleicht? Bestimmt toll. Ja, das war auf jeden Fall eine tolle Anmoderation. Herzlich Willkommen bei FIFA. Schwack, komm. Yo Mensch, ja Mann, Staubsaugen. Scheiße, ich hab schon wieder diese Ansicht. Tobi, mit welcher Ansicht spielst du immer auf dem PC? Tele. Okay. Nee, mach Übertragung, Tele. Boah. Haste. Tele ist von oben, Dennis. Nee, ich hab diese Standard-Ansicht da wieder, diese Scheiß-Ansicht. Nee, nicht Standard meine ich, ich hab diese andere, obwohl ich sie schon dreimal umgestellt hab. Warte mal, ich guck jetzt auch. Sticken! Awww. Warte. So, jetzt hab ich's. Okay, jetzt bin ich wieder da. Sorry. Obwohl, ich hab auch Standard und die ist geil. Bosch, ey. Ja, ja. Wobei die immer von Stadion zu Stadion anders ist, ne? Nur noch der da, der wartet, bis der Ball zu ihm kommt. Alex Bayer. Hä? Du denkst ja nicht von mir, Alter. Hahahaha. Hahaha. Hör euch mal. Boah. Alter. D, Alter. Hör euch mal. Oh. Kevin! Komm Curry. Oh ja! Nein! Ja, ach so wie man unschwer erkennen kann, ist der Tobi Nader heute auch dabei. Boah. Der Ben, also der Bronze, ist irgendwo immer noch unterwegs. im Gamescom Cosplay Village, keine Ahnung wo das ist, also wir sind um noch ein Rückpass, die Bräune im Tor. Okay, also wir haben letztes Spiel tatsächlich verloren, aber wir hatten ein Spiel, wo der Keeper ein Eigentor gemacht hat, graziös und wo der Major seine ganzen Teller auseinander genommen hat, also wir haben viel erlebt, schon in unseren jungen Jahren als Fußballer hier bei FIFA 16. Oh schön. Nochmal, komm, komm. Der rollt da weg, hast du noch? Zwei aussteigen lassen, Tor. Oh ne. Tobi, deine Frisur ist der Knaller, ganz ehrlich. Ich bin der Schönste, oder? Noch da, Mann. Ey, du hast wieder Haare. Ey, du hast ja wieder Haare. Jo, Mann. Sieht nämlich jetzt noch bescheuerter aus. Sieht voll gefärbt aus. Ist echt so. Ist nachgewachsen. Oh nein. Sorry. Es ist vorbei. Bye, bye, Unimoon. Oh. Nochmal. Oh. Also wir brauchen hier in der Liga, oh schade, Curry. Oh, schade. Boah, wir hatten einen Schießrichter vor zwei, drei Spielen. Ey, der war ein Knaller, Tobi. Hammer, wa? Er hat alles gepfiffen. Boah, wie viele sind denn das? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zu viele Spiele. Fünft. Fünf gegen vier. Ohne Witz, Mann. Klasse. Selbstauf da oben. Okay, will jemand rennen? Wie wo, wo ist Ra... äh... Hä? Ich habe ein absolut reiners Gewissen. Besser war noch wie er dann, als er dann aufgeflogen ist, ja, dumm gelaufen war. Genau wie hier, Dings, ey, Jan-Ulrich, ich habe nicht gedopt. Und dann, ganz ehrlich, es sind immer die größten Dreckssäcke überhaupt. Komm rein! Oh mein Gott! Was ist das denn? Junge, was war das denn? Paulettstunde bei Gala gelernt oder was? Macht er den Poldi? Ja, er ist echt. Forza Gala. Hä? Wie Forza Gala? Was ist denn Forza Gala? Ey, hör auf mich umzuhauen hier. Das ist ja wie so ein Kaffee oder so. Ja, Forza Gala. Jetzt nochmal, komm, hoch! Oh! Ich habe voll zu Tobi gepasst, das klappt irgendwie nicht. Nee, die Pätze sind irgendwie komisch geworden. Von Persis alt. So. Oh oh. Hey, du. Möchte gern Sturridge, Alter. Och, nö. Ey, ist echt so, die, irgendwie, das ist heute das zweite Mal schon passiert, Curry, vorhin bei dir. Guck mal, sein Auge, ey, was ist denn los mit ihm? Er passt viel weiter nach Iggy. Ja. Iggy hast du auch lange nicht mehr gesehen, ne, Tobi? Kannst du das? Hä? Was? Also Tobi kennt den Iggy gar nicht, ne? Den Iggy? Ja, ist doch das Sinn oder nicht? Also nur ein Kind. Okay. Ja, ich wollte nur fragen. Boah! So was klappt auch irgendwie nicht mehr. Leider, leider. Ja, wir haben jetzt ein paar Spiele gemacht, so. Sagt ihr mal, habt ihr irgendwelche Unterschiede im Pro Club gemerkt, so zu dem Vorgänger? Oder sagt ihr... Ja, ihr macht ja beim Pro Club nichts mehr, keine Verbesserung, weil da kann man ja kein Geld mit verdienen. Das stimmt, leider. Ich hätte mir so gewünscht bei dem Teil, dass man echt eigene Trikots und eigene Wappen und so machen kann, weißt du? Boah, da kommt der Zottel nicht dran. Hab ich grad Zottel genannt, oder was, Shay? Hey, komm her, Mann. Von Percy ist voll alt. Jetzt kann ich den Namen von Percy endlich mal aussprechen, ne? Warum, was hab ich sonst noch gesagt? Persil. Achso, das hat sich jemanden gemacht, um den Donaldi zu ärgern. Ah, das ist ein Lieblingsspieler, ne? Oh. Mhm. Van Persi. Yo, Curry! Oh, Kevin, ey! Sag mal, wolltest du den Ball nach Kleve schießen, oder was? Da war keiner. Oh, der war schön. Ja, ist aber der Kleve-Fußballfeind 1. FC Kleve, ne? Ja, und DJK. DJK, also. DJK, Kleve! Boah, alter, faul! Sonnenscheinreisenbus. Ja, ist echt so, ne? Oder so eine Versicherung, irgendwie. So eine Zahnversicherung. Passt ja. Komm, noch. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Oh, oh! Bobby, der kommt direkt rein. Ja. Äh, 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 äh. Boah! Oh, Mann! Oh, mein Gott, wie schluss. Du hast doch... Ja, ich wollte aber halt schnell spielen. Ja, ich bin da so. Achso, warum bin ich eigentlich mal hinten unterwegs? Also, das war ein Faul, ne? Da kannst du mal pfeifen. Bambi, das geht so nicht, mein Freund. Decken, Decken. Bleckendecker. Oh, Kopf! Und jetzt go! De, 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 de. Oh, oh, mhm! Ich weiß gar nicht, wie man zuerst reagieren soll. Oh, hey, härter BSC. Ach, die können alle schon tricksen, Mann. Das ist unfair. Ja! Me, ja! Yo. Cool, ich stelle mir da los, ey. Oh. Oh, Tobi hat sich da auf der Abseitslinie bewegt, Mann. Der hätte man nicht schicken können. Ei. Ein Stoßstürmer, wie Alex. Nein. Unten, Kevin. Kevin! Komm! Der Baller kommt! Ach, Fick! Nicht doch einfach, Alter. Oh, oh, jetzt aufpassen! Oh! Oh nein! Cool! Hä? Hä? Ja, so. Muss ich jetzt ein Tor schießen, oder wie ist das jetzt hier? Ja, wäre mal gut. Oh, scheiße. Hä, ich meinte den Spieler jetzt, Mann. Ach so. Nicht mich. Hä? Ein bisschen besser. Hä? Oder? Komm, wir können sie so als Edding benutzen. Da gibt es doch diese Schwämme für Briefmarken. Genau. Was macht der denn da jetzt wieder für den Scheiß? Ey, ich habe im FIFA-Milio gar keine Musik mehr. Nee, ich auch nicht. FIFA-Pausling. Irgendwie ist das... Haben die rausgepatcht, hat Geld gekostet. Ich glaube, das ist alles ein bisschen Scheiße gewesen, was die da vorher gemacht haben, ne? Also ich muss sagen, ich fand FIFA 15 irgendwie geiler, weil man da irgendwie mehr... Es hat sich doch nichts verändert. Nee, ich finde, das ist sogar irgendwie schlechter geworden. Nee, das nicht. Das finde ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, grafisch ist das mir auch voll zu Comic-Kraft alles. Oh, Wurstel. Da muss ich den... Oh, Mann, schön Curry. Currywurstel. Oh, mein Gott, niss. Was war das denn? Hast du orange in den Haaren, Curry? Was? Nein. Hol der Mongo, ey. Das ist richtig bronzer aus. Rotter Mongo. Guck mal, rechts ist viel Platz. Jo, da kommt er. Geil, ey. Und nochmal. Flutschi. Boah, Rückraum jetzt. Oh, schade, schade, schade. Ich will genau in den Rückraum spielen und der macht es einfach nicht. Ja, das kenne ich, sage ich dem Kevin auch immer. Beschissen einfach. Ey, spiel doch. Ja, ich drück doch, Alter, der zieht mich. Dennis. 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 Das gibt's nicht. Er macht einfach das Tor nicht, dieser alte Spasten, ey, ganz ehrlich. Hat jemand ein Feuerzeug dabei, damit ich den Spieler anzünden kann? Du bist rechts, wo es denn ist. Boah, ey. Schön Curry. Oh, sehr, sehr gut, Kevin. Alter. Hä? Was war das denn? Das gibt's gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ja, weißt du, er geht halt nicht dazwischen, so. Nee, natürlich nicht. Jetzt kommt der Emotionshose wieder. Amgen, Mann. Ich schieß mal ein Tor. Zack. Ja, schön. Hä? Hey, weißt du, klar, wie geht das denn? Freunde, Mann. Hä? Na klar. Das hast du noch weiterlaufen lassen, Alter. Nee, kann er nicht, weil der Ball dann für uns gewesen wär. Ja. Richtiger Gagelmann, ey. Ey. Jo, Gagelmann. Das ist der Sky-Experte, Mann. Echt? Ja. Im Entschergrund landet ein Flugzeug. Ja, wo war das denn? War ein Bus. Curry sitzt wieder am Triebwerk, oder was? Tu mit der Zunge die, äh, die... Oh, schön, Tobi. Ja, ist klar. Richtiger Frankfurter, Alter. Richtiger Frankfurter. Als Maul. Hör mir heute richtige Lichtmomente, ey. Oh. Die Erfahrung sagt, ab der Amtsechsten kassieren wir ein Tor. Ja. Tö, wir saßen zu Darmstadt in der Bundesliga. Sind die gut? Ja, ich? Ja. Na ja, schlecht sind sie nicht, ne? Leider. Besser, besser... Leider. Warum leider? Ey, ich... Wenn du Darmstädter bist und hier wohnst, dann weißt du warum, leider. Okay. Ja, bevor ich den annehme, kommt der schon, Mann. Wobei ich es gut finde, dass sie so, also so... Gegen diese ganzen Geldclubs quasi halt dagegen arbeiten. Das finde ich ganz cool, eigentlich. Mit den wenigen Mitteln halt einfach. Mhm. Schon krass. Ja, aber doch bei Paderborn auch so, ne? Geil. Dann keiner. Das ist alles zu ungenau hier. Bei mir. Alles klar. Ja, guck doch mal die Zeit, Alter. Was bist du für ne Hackwurst? Ne Hackwurst. Hey. Oh. Ja, oh, schön. Perfekt. Jo, Plink. Hä? Tobi hat ne SMS gekriegt. Jo. Facebook. Miau. Jetzt mal ein bisschen Platz. Jetzt, komm. Tobi kommt. Ich kann aber rennen, ey. Tobi Frosch. Tobi Frosch. Ey, wieso? Ich flank doch rein, was... Steht das nicht, ne? Doch alles nur geklaut. Oh, hinter. Jo. Paul. Alles gar nicht deines. Oh. Ich mach jetzt mal ein bisschen Platz nachher. Ein bisschen Tempo. Oh. Ja, geil. Der ist jute, mach. Der ist prima. Oh Gott. Ey, ich hab eigentlich auf... Ich hab eigentlich auf Dennis gespielt. Nun, der knallt den rüber. Richtiges Lama-Boy, der Curry. Hier, Major. Jo. Was macht der denn da, Alter? Das ist diese neue Player Intelligence, weißt du? Wir hatten vorhin so einen richtig geilen Bug, so, weißt du? Jo, Alter. Der ist zu weit. Baller den nach vorne. Ja, erstmal... Hey, der hat den doch da vor... Ha! Ey, ey, hast du das gesehen? Ha! Der hat den vor dem 16, also außerhalb, hat der den aufgenommen, den Ball. Ja, ja. Mhm, interessant. Okay, weiter. Gut, dass ihr euch dafür interessiert, Mann. Ey, ich hab keine Anspielstation hier. Oh, jetzt geht er los! Du hast den Ball. Hustl. Dennis, jetzt ab Linie. Oh. Schöner Ball. Hab, muss ab. Das ist es, Mann, das ist es. Das ist das 1-0. Mensch, was du denn da für Tricks... Boah! Das war ja, das war so, ey. Was ist mit Curry wieder los, Alter? Wurdest du... Hast du mir Pulver geschnüffelt, oder was? Kriegst du auf Daumen, oder was? Kriegst du auch Daumen, ey. Curry Daumen, ey. Kevin Daumen. Garzi, bin ich. Ja? Hattest du mal die Werbung mit dir? Yo! Oh, schön! Tobi, hier, komm mal. Jetzt komm hier. Terminator ist hier oben, Mann. Tobi! Hier kommt der Genuss. Ey, 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 ey. Was denn ist? Ah! Beweg dich doch zum Ball, ey. Wir brauchen nur ein Tor. Junge, ich bin gelaufen. Gib dir gleich eine, ey. Aber da war... Mein Controller ist irgendwie so kaputt. Keeper, komm raus. Das war ich nicht, ne? Ja, ich muss ihn steuern, plötzlich. Das ist immer so geil. Ja, komm, schieß ein Tor. Gieß, Junge. Guck mal, wie der da... Guck, was macht der da, der schießt? Der läuft da... Im Endenschritt da, ey. Bambi. Bambi, ey. Hallo. Was denn? Alles gut? Geil. Tobi, Alter! Ey. Ey. Hast du noch, Dobi, allerletzte Destiny Folge? Ja. Ja. Welcher... Ey. Kriegt der z' Rot, oder was? Yo. Schneider. Nee, gar nicht. Jetzt geht Schneider. Wieso lässt der dann nie laufen? Lang rein, Jungs. Lang rein, Jungs. Drei, zwei, eins. Nyaum. Pass auf. Nyaum. Oah! Ja, klar, Alter. Amagellon Faust, oder was? Oh, Konter. Oh, der hat auch nicht mehr einen. Nein, der kriegt gar nicht mehr einen. Für die... Ja, kommen die mal zurück, die Spieler, oder was? Mr. Fister. Was los, ey? Guck mal jetzt. Ganz oben, ey. Ganz oben. Ja, Schiri. That is it. Pieper. Komm. Was war's vor dem? Ja, mach doch. Bist du doof, oder was? Er guckt sich den Ball da dreimal an. Was ist das für ein Pass? Oh Gott, ey. Wieso muss man auf der Grundlinie so'n Pass spielen? Also Curry, da müssen wir noch ein Virtue miteinander reden. Oh, scheiße, Mann. Querpässe in der eigenen Abwehrreihe, verdammte Scheiße. Ich will hier wohl noch abgehen, ey. Was kommt als nächstes, Mann? Querpässe im 16, oder was? Oh. Jetzt pfeift er ab, weil wir konter können. Lauf, Dennis. Komm her. Nein, was machst du wohl mit zwei... Was? Du kannst so... Ja, Mann, der ist drin, Mann. Der ist drin, Mann. Sonst pfeift er doch ab, wenn ich dribble. Oh, okay. Warum nicht Dennis Schicken? Nein! Tempo plus eins. Warum Dennis nicht Schicken, Curry, erklär mir das. Weil du zu fett bist. Nein, sag doch einfach... Aber Curry, der hätte abgeschickt, wenn ich mit dem Ball gegangen wäre. Sag doch den Fuck, Curry. Du willst jetzt öffentlich... Öffentlich willst du kommunizieren mit den Menschen, dass ich ein schlechter Spieler bin. Nein, Mann. Dein Spieler ist einfach... Wir sind einfach noch zu langsam. Fakt ist, wir brauchen Fatih Terim. Der ist im Sturm, ja. Ne, Mann, Alter, der ist ein schlechtes... Okay, Tobi spielt im nächsten Spiel. Alles... Krass, ey. Ohne dieses Spiel wäre das niemals passiert, Major. Was denn? Die Idee wäre niemals zustande gekommen. Welche? Hä? Komm, ist egal, du wirst... Gleich... Ich sag dir gleich, was ich meine. Ich sag dir die Stufe. Ich soll die altro.